Gut, damit sind wir hier fast fertig. Ich muss noch den Seelenstein aktivieren und die Kiste lindern. Eine neue Waffe für uns haben wir nicht. Wir haben immer noch die. Mal gucken, ob wir auf dem Markt eine binden. Oh, die Magierin-Rune ist schwächer als die Hexer-Rune, die wir haben. So, was haben wir hier? Ein Zauber. Jede Menge 19er Zeug. Okay. Die Klinge ist mächtig. Und selbst wenn ich versage, ich werde dem Zirkel mit dem letzten Atem meinen Hass ins Gesicht schleudern. So oder so, es hat endlich ein Ende. Kennt ihr den Phönixstein? Ihr habt ihn in der Schlacht um vier Jahre errungen, nicht wahr? Ja, der Phönix kann den Zirkel vernichten, denn er besteht aus reinem Allfeuer. Aber nichts kann diesen Stein brechen. Bis auf eine Klinge, nicht von dieser Welt. Und nach der Prophezeiung der Druyade führt sie ein Runenkrieger. Ich trage die Schattenklinge, geschmiedet von Kreaturen jenseits des Sternengrunds. Dieser Runenkrieger bin ich. Also hatten wir beide von Beginn an nur einen Teil der Waffe, die es braucht, um den Zirkel zu vernichten. Aber jetzt sind wir bereit. Nun, zuerst müssen wir Hokan und den Zirkel finden. Kommt, hinein in den Schlund des Dschungels. Der Knochentemper kann nicht weit sein. Dann reisen wir mal... Wohin? In den Schlund? Okay. Oh, Cutscene. Oh, noch ein Seenenschmied. Oh, noch ein Seenenschmied. Viele Seenenschmiede. Huhnenknechte kommen durch den Schlund. Was befehlt ihr Meister? Es ist der Wille unseres Herrn, Hokan Aschir, dass kein atmendes Wesen den Schlund durchqueren soll. Und wir werden nicht versagen. Erweckt die heiligen Steine bei den Tempeln der Echsen, Götter. Beschwört damit, die Elite der Schar. Gegen den Strom dieser Echsen werden selbst die Runenkrieger machtlos sein. Wie ihr befiegt. Ha, die Eisernen waren mein Untergang. Jetzt gehorchen sie mir wie Hunde. Oh, nett, schwarze Türme. Oh, nett, schwarze Türme. Oh, nett. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er wird nicht mehr reagieren, wenn wir Sachen hier machen Oh, Orks und Trolle Ich sehe da glaube ich schon... Ach, ein Heldenmonument Das ist gut So, in den Schlund Also erstmal den Troll Den Orkstein tauschen Gegen 29er Okay 29er sind auch die hier Ich glaube 30er ist eh das höchste, was wir dann haben können Äh... Dann war hier ein Bauplan für die Orks Der Feuertempel Fängt also das Belagerungsgebäude So, ich will mich aber erst um andere Dinge kümmern Die Botschaft der Dunkelhäfen in Empyria Aufsuchen Ja, kümmern wir uns erstmal ums Gladiatortraining Äh... Zirkusviertel Und hey, die Wachen Sind nicht mehr böse Mit uns Weil Alia jetzt Hier das Sagen hat Das heißt, wir können uns frei bewegen Was gibt es Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Du bist bereit für die nächste Lektion Triff mich in der Arena In Ordnung Gut Absorbiere das Großmeistertraining bei Usakan in der Arena Das Großmeistertraining kann ab Stufe 48 begonnen werden Es ist die letzte Trainingsstufe Ist vielleicht nicht ganz fair, dass wir mit dem Ifrit antreten Dann können wir noch mit Ishtar reden Ja, lasst uns beginnen Kämpft! Zeit zu sterben Vorsicht! Zurück mit euch! Kämpft! Achtung! Also sagen, Usakan auf uns und haut und nicht auf uns und ifrit ist alles gut Na gut, gut, gut Auf meine Seiten Gut, gut für heute Genug, genug Alter, hätte die mit... Na, nicht den Ifrit hauen Auf meinem Befehl Genug, genug Heute hättet ihr mich beinahe gehabt Bei der Asche meine Ahnen Ihr würdet mittlerweile jeder Rinaxus regieren mit eurer Kunst Ihr habt mich gut gelehrt Ich bin nur ein alter Narr, der euch ein wenig auf den rechten Weg geholfen hat Ihr habt euch selbst zur tödlichen Wache geschmiedet Ich bin stolz auf euch Danke für alles, Usakan Lebt wohl Lebt wohl Ah, mein Rücken Jetzt eine Massage und ein guter Brandwein So, das war das Gladiatoren-Training Ist abgeschlossen Ah Ah Nun Wie geht es eurem Zirkus unter der neuen Herrschaft? Prächtig Kaiserin Alia hat uns wieder den kaiserlichen Zirkussatz gezahlt Die Ahnen mögen sie segnen Jetzt werden wir den Zirkus wieder in neuer Pracht errichten Ach, was rede ich Noch schöner, noch prächtiger Ihr werdet staunen Und wisst ihr was? Ganz unter uns Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind, dann hole ich Usakan zurück Er war doch der Liebling der Massen, wisst ihr? Ach, schade, dass ich das nicht mehr miterleben kann Ich muss weiter Ja, schade Nun denn Viel Glück auf eurer Reise Ja Da ist immer noch der Verfluchte Miniatur-Borko Wir können auch noch mit Shazam reden, wie er die neue Herrschaft findet Was gibt es? Ihr wart auch Das war meine letzte Lehre für euch Ihr seid mittlerweile so gut wie ich Ab jetzt wird es gefährlich Dann wagt ihr es also nicht mehr gegen mich zu kämpfen? Ein guter Gladiator weiß Wann er einem aussichtslosen Kampf aus dem Weg zu gehen hat Ihr habt alles gelernt, was ich euch beibringen kann Nun geht hinaus in die Welt und findet dort euren Meister Lebt wohl ins Kopf Gut Also Shazam ist da Dann in den Tempelfiertel rüberlatschen Latschen Ah, Freund Doch ein wenig pf... Nun, Shazam Wie ist das Leben mit einer neuen Kaiserin? Tja, wer hätte das gedacht? Von der Diebin zur Kaiserin Kaum zu glauben Da bin ich von einer waschechten Prinzessin bestohlen worden Hm Gut, dass ihr mich daran erinnert Ich sollte eine Liste machen Von all den Sachen, die sie gestohlen hat Die wird sie ja wohl jetzt nicht mehr brauchen Seid vorsichtig Alia ist nicht eben zart beseitet Ihr meint, sie macht mich einen Kopf kürzer Herrje, Herrje Nun ja, so wichtig sind diese Sachen auch wieder nicht Wenn sie sie überhaupt noch hat und nicht so Geld gemacht hat Ja, mal gucken, ob ich hier oben eine bessere Nahkampfwaffe finde Und ich darf übrigens immer noch mit der Schattenrüstung Runenkrieg Alles was das hier ist, am höchsten Ja Was haltet ihr von eurer neuen Kaiserin? Ich kann es immer noch kaum glauben Aber Alia hat ein gutes Herz Sie wird eine wundervolle Kaiserin werden Sie hat immer noch Kummer wegen Urias Eurem Gefährten, der gefallen ist Aber die Liebe des Volkes sollte ihr Trost spenden Denn die Menschen von Empyria lieben sie schon jetzt Wie keinen Kaiser jemals zuvor Vielleicht sollte jeder Kaiser mal ein paar Jahre als Dieb im Armenviertel leben Es scheint zu wirken Mag sein, auch unsere Reise hat sie verändert Ja, eure Taten und die Ehre und Opferbereitschaft von Urias Haben sie mehr berührt, als sie zugeben will Abonniertel